So, hi! Wir sind heute draußen am Meer und schauen uns den Flugzeugträger an. Ja, das ist übrigens Vancey und er arbeitet als Ingenieur für diese riesigen Flugzeugträger. Jetzt können wir mal kurz ein bisschen ranzoomen. Wow! Das ist, ähm, der erste Nuklear-Powered? Ja, der erste Nuklear-Powered Aircraft Carrier, das ist die Enterprise. Die Enterprise, ja. Erste Nuklear-betriebener Flugzeugträger. Er hatte wohl acht kleine Reaktoren drauf, das ist absolut irre. Die sind gerade vorne schon vorbeigefahren. Und da konnten wir noch einen weiteren sehen, der steht dahinter. Wow, das ist echt verrückt. Ja. Und so, das Schiff, der, uh, decommissioniert es, weil es lebt past its life. Ja. Da gibt es eine bestimmte Zeit, dass ein Flugzeug auf dem Wasser bleiben kann, bevor es so viel ist. Es ist rusted. Ja. Es ist cheaper zu bauen, als es zu reparieren. Ja, man sieht all die rust. Ja. 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 Und so, das ist das. Ja. 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 Ja, die haben wir nur rausgestellt zum Trocknen. Ja. Ja, wir sind zurück von den Schiffen zu, äh, anschauen. Es ist Ostern. Oh, jetzt werden erstmal Sachen gesucht. Was ist das? Dafür hast du ein Osterkörbchen, Schatz, da kann man das reinschauen. Ein Osterkörbchen? Was ist das? Dinosaurpurg. Dinosaurpurg? Oh, wow. Es ist wirklich schön von dieser Bühne. Das ist dieser Bühne. Ich kann es halten. Wir haben gerade ein bisschen Stromausfall, weil vorne zwei Autos kollidiert sind und den Strohmasten umgerissen haben. Deswegen ist drinnen gerade eben Stromausfall. Oh, ein anderer, oder? Das ist so gut, das ist so wunderschön. Wir haben vier. Wir haben vier. Oh, wirklich? Ich habe etwas gesehen. Oh, in der Baum! Cool. You can put it in your basket. Can I put the basket please? Yes. Of course. Okay, let's go. Should we go around? Oh, huge hole. Oh, yeah. She saw us. Nothing here. Nothing here. Also, I see something. Yeah, so cool. Illegalen Kinderchokoladen-Eier. Oh. Oh. Hast du hier schon? Sicher? Ja. Guck nochmal richtig. Guck nochmal richtig überall. Schau mal richtig überall. Neben dir auch. Wo sind sie? Das sind ja auch Dinge. Guck mal hier. Guck mal hier so. Guck mal richtig rein. Hier reingucken. Da reingucken. Ja! Und wir waren ja da hinten noch gar nicht, ne? Wo waren wir nicht? Da in der Ecke. In der Ecke waren wir auch noch nicht, Leon. Tatsächlich. Und da hinten waren wir auch noch nicht. Und da hinten waren wir auch noch nicht. That's a fall. Hmm. Oh. Where is it? Chocolate day. Chocolate day. Yeah! Chocolate day. Oh. Und Leon, nochmal da gucken am besten? Leon? Nee. Schauen wir hier nochmal alles durch. Ja. Ja. Good cooking. Between everything. Here. Can you look there? Down. In the ground. In the ground. Other side. The other side. The other side. The other side. I see it. I see it. Where is it? Come a little bit to me. Closer. Oh, there. Oh, there. Okay. We found it. Check with it. Here. Das war's für heute. Ich habe noch einen Ereignis. Oh, das hat er schon gefunden am Anfang. Okay Leon, dann haben wir alle. Hast du alles gefunden? Ja. Oh, der Osasa hat aber gut versteckt. Ja, jetzt haben wir noch ein schönes Oster suchen gemacht. Und bald müssen wir leider wieder auf die Heimreise antreten. Weil wir essen jetzt nochmal, genau. Wir haben uns angefärbte Eier, die habt ihr noch angefärbt. Das sind Dino-Eier. Cool. Richtig cool, oder? Ja, aber wir müssen noch dann vier Stunden heimfahren. Drei. Ja, drei. Ich hoffe, es bleibt bei drei. Aber mit Pause sind wir vier Stunden unterwegs. Ja, und ich hoffe, euch hat die kleine Tour in Norfolk gefallen. Vielleicht haben wir vielleicht noch ein bisschen mehr für euch, aber ansonsten bis zum nächsten Mal bei Our World Live. Und wir gehen mal wieder ins Stromausfallhaus. Tschüss.